Baum klettern klettern einfach mit einem Ei bewerfen ich denke vorderseite das passt doch gut weil das müssen wir eh nochmal machen denke ich Yoshi also hier müssen wir jetzt mal ganz ganz aufmerksam sein da war schon einer guck mal das war Nummer 1 Sachen zu finden tolle Sache und komm runter so oh haben wir den gestern schon ich denke ja eigentlich nicht Minzen ich stehe auf Minzen aber keine neuen Minzen das war sowieso die erste Blue und die hatten wir ja schon boom oh oh Das ist die zweite. So. Hier ging es weiter. Ich wollte mal gucken, ob es hier links auch irgendwas gibt. Da ist noch ein Luftballon. Ein Luftballon. Volles Leben. Volles Ruhe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das richtig ist. Hm. Naja, give it a try. Nein. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Nein, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Ach. Cheat. Mann, 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 Mann. Oh, na, 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 na. Ach, guck mal. Und da ist auch die zweite. So. Aber die fünf Münzen sind dann irgendwo anders. Die fünf Münzen sind dann irgendwo anders. Hallo, Vogel. Die fünf Münzen sind dann hier. Hmmmm. Hmmmm. Okay. Eine Münze? Mir fehlt eine Münze. Eine Münze klingt aber irgendwie unglaubwürdig. Aber ganz stark unglaubwürdig. Eine Münze klingt sehr stark unglaubwürdig. Eine Münze klingt sehr stark unglaubwürdig. Könnte ich mir da nicht irgendwo Eier holen? Ich glaube, oder? Ich bin mir grad unsicher. Wollte ich mir da nicht irgendwo Eier holen? Ich brauch doch Eier. Verkauft mir Eier! Ziemlich weit zurück, aber von nichts kommt nichts. Dinkie! Dinkie! Ahi mal. So. So, so, so. So, das waren dann schon mal die Filme.